EU-Schild, Betrug vor. Ein Betrugsunternehmen. Haben Sie Geld investiert? Wollen Sie wissen, ob Sie überhaupt eine Chance haben, Ihr Geld zurückzubekommen? Dann schauen Sie sich diesen Film an, bis zum Ende. Da verrate ich Ihnen, welche Wege Sie gehen müssen, damit Sie Ihr Geld zurückbekommen können. Hallo, ich bin Anwalt Joachim Resch. Zum Thema EU-Schild. Ein Betrugsunternehmen. Alles Lüge, die Bafin warnt. Keine Erlaubnis, aber es ist Fake. Keine Adresse, ein reines Fantasieprodukt. Kein Cent von Ihrem Geld wurde jemals investiert. Alles, was Sie erlebt haben, alles Lüge. Betrüger. Was können Sie tun? Manche gehen zur Polizei, aber das ist nicht wirklich zielführend. In der Strafanzeige, die Sie dort stellen, wird eine Strafverfolgung aus, im Idealfall. Aber das führt nicht zur Wiederbeschaffung des Geldes. Wir verfolgen die Spur des Geldes und sind damit recht erfolgreich. Wollen Sie wissen, wie das geht? Dann rufen Sie mich gerne an unter 030885 9770. Oder besser noch, Sie gehen auf unsere Webseite. Gehen Sie auf unsere Webseite. Folgen Sie dem Link. Lese den Artikel. Er ist viel umfangreicher, als ich es in diesem kurzen Film darstellen kann. Füllen Sie den Fallgebogen aus, dann bekommen Sie von uns eine kostenlose Einschätzung, ob wir Ihnen überhaupt helfen können. Es muss hinreichende Erfolgsversichten geben. Wenn Sie zu den Glücklichen gehören, dann bekommen Sie von uns eine kostenlose Einschätzung. Wir sagen Ihnen, was wir konkret machen, was es kosten würde. Und mit dieser kostenlosen Einschätzung haben Sie dann eine Grundlage von Fakten, auf der Sie Ihre eigene autonome Entscheidung treffen können und für sich wissen, warum das für Sie der richtige Weg ist. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017